Grüß euch ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem neuesten Video. Heute möchte ich gerne mit euch wieder mal die große Umarmung strömen, weil ich heute morgen ein Zitat von Mary gelesen habe und weil die große Umarmung, bei der wir ja die 26 eben halten, so gut dazu passt. Das Zitat lautet, ich bin der Fluss, ich bin die Liebe, ich bin Meditation. Meditation bedeutet ja nicht einfach nur, dass man seinen Geist zur Ruhe bringt. Das passiert zwangsläufig, wenn man regelmäßig meditiert, aber Meditation bedeutet, sich wirklich nach innen zu richten, seinen Geist wahrzunehmen und in Kontakt mit seinem Herzen zu kommen, uns selbst achtsam zu begegnen und damit auch der Liebe, die in uns allen wohnt. Schaut mal, es heißt doch im jenischen Jutsu, dass wir alle über den Hauptzentralstrom mit der universellen Quelle verbunden sind. Bei den Tiefen heißt es, dass wir alle eben aus dieser einen großen Quelle entstanden sind. Wenn wir Abbilder des Schöpfers sind, wenn wir Abbilder des göttlichen Prinzips sind, dann sind wir Liebe. Und SR 26 sagt das ja auch, wir sind vollkommen. Und ich meditiere so gerne, weil ich eben während der Meditation zumindest immer ein klitzekleines Stückchen damit in Kontakt kommen kann. Und das gibt mir ein gutes Gefühl. Denn wenn wir im Kontakt sind mit dieser Liebe, dann sind wir in diesem Moment im Fluss. Und wenn man im Fluss ist, dann ist man einfach. Ja, im Englischen hört sich das so viel besser an als im Deutschen. Im Englischen heißt es, we are human beings, not human doings. Wir sind keine Tour, sondern wir sind einfach nur. Wir dürfen sein. Ich bin. Es ist. Und das ist so ein wunderbarer Zustand, finde ich, weil man dann wirklich das Gefühl hat, dass man eben ein Fluss ist. Dass alle unsere Wünsche, Gefühle, Handlungen, Gedanken stimmig sind. Und dass es kein Widerstreben, keinen inneren Widerstand gibt. Und das macht das Leben leicht. Und egal, auch wenn es nur einen kleinen Moment leicht geht und danach wieder irgendwas passiert, wurscht. In dem kleinen Moment ist man glücklich. Denn Glück kann einfach nur von innen kommen. Und wenn wir uns öfter zum Beispiel die 36 Atemzüge gönnen, indem wir die große Umarmung halten, dann kommen wir dem immer näher und immer näher. Und die Glücksmomente werden immer häufiger. Ich finde, das ist ein wunderbares Ziel, worauf es sich hinzuarbeiten lohnt. Und jetzt wollen wir gemeinsam eben strömen, indem wir die Arme, die Hände unter die Achse legen, die Arme vor der Brust überkreuzen und die Daumen zeigen nach vorne. Und wem das jetzt zu eng ist, der kann sich auch einfach nur die Handinnenflächen halten, rechts oder links, ist egal. Oder eben wie beim Namaste, die Handflächen aneinander legen oder beim Beten. Ja, macht es immer so, wie es sich für euch gut anfühlt. Ihr seid die Künstler. Okay, dann würde ich sagen, wir legen unsere Hände unter die Achseln, wir lächeln, stellen uns vor, wie alle unsere Körperzellen mit uns lächeln. Wir lassen die Schultern fallen, lassen den Kopf nach vorne sinken oder legen. Wir legen ihn zurück. Und dann macht jeder für sich in seinem Tempo 36 bewusste Atemzüge. Ich bin der Fluss. Ich bin Liebe. Ich bin Meditation. Ich bin in Kontakt mit meinem Innersten und erkenne, dass ich vollkommen bin. Ich erkenne, dass ich ein Teil des großen Ganzen bin. Ich darf einfach nur sein. Mein Ziel ist es, zu sein. Denn dann bin ich die Liebe. Dann bin ich im Fluss. Ich bin der Fluss. Ich bin der Fluss. Ich bin der Fluss. Ich bin Liebe. Ich bin ich comtakt mit meinem Innersten. Und erkenne, dass ich vollkommen bin. Ich erkenne, dass ich ein Teil des großen Ganzen bin. Ich darf einfach nur sein. Mein Ziel ist es, zu sein, denn dann bin ich die Liebe, dann bin ich im Fluss. Ich bin der Fluss, ich bin Liebe, ich bin Meditation, ich bin in Kontakt mit meinem Innersten und erkenne, dass ich vollkommen bin. Ich erkenne, dass ich ein Teil des großen Ganzen bin. Ich darf einfach nur sein. Mein Ziel ist es, zu sein, denn dann bin ich die Liebe, dann bin ich im Fluss. Ich bin der Fluss. Ich bin der Fluss. Ich bin Liebe. Ich bin Meditation. Ich bin in Kontakt mit meinem Innersten und erkenne, dass ich vollkommen bin. Ich erkenne, dass ich ein Teil des großen Ganzen bin. Ich darf einfach nur sein. Mein Ziel ist es, zu sein, denn dann bin ich die Liebe, dann bin ich im Fluss. Ich bin der Fluss. Ich bin der Fluss. Ich bin der Fluss. Ich bin Meditation. Ich bin der Fluss. Ich bin in mit einem Misser und erfahrene ich bin. Ich bin der Fluss. Ich bin der Fluss- und stirbe. Ich bin der Nähe und kann selbst soweit werden. sein, denn dann bin ich die Liebe, dann bin ich im Fluss, ich bin der Fluss, ich bin Liebe, ich bin Meditation. Ich danke euch, dass ihr mit mir gemeinsam geströmt habt. Wenn ich hier vor meiner Kamera sitze und das Video aufnehme, dann ist mir schon klar, dass ich in dem Moment alleine auf meinem Sofa sitze, aber dann, wenn ich die Augen schließe und anfange zu strömen, dann konzentriere ich mich auf euch, stelle mir vor, dass wir ganz, ganz viele sind, die sich in dem Moment gemeinsam strömen. Ja, und dann ist es für mich wirklich ein, wir strömen gemeinsam. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende und freue mich schon auf das nächste Mal. Servus! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.